Hey Freunde der Nacht, erinnert ihr euch an die Szene? Ja, es war einfach unmöglich, absolut unmöglich, nochmal zu rasten und die Racedead, ähm, den Racedead Zauberspruch vorbereiten, weil wir einfach jedes Mal ausnahmslos, jedes Mal geweckt wurden. Naja, probieren wir es nochmal hier. Wird ja nicht schief gehen. So, wäre einfach toll, wenn der Glabrezu nicht den Cobra angreifen würde, aber in dieser Runde wird das wohl... Saving Throw Successful, danke lieber Gott. Was haben wir übrig? Ein magisches Geschoss? Er ist ja bereits verletzt. Ich glaube so viel Glück mit meinen Runden habe ich nicht nochmal. Und du kümmerst dich weiterhin um den Quasit... Danke, einer weniger. Oh, ein Spell hat expired. Jetzt können wir nur bieten, dass er wieder so gut trifft. Na, naja. Immerhin. Hm. Wir könnten den Eissturm nochmal herliefern. In der Hoffnung, dass er trifft. Zumindest den Efreti trifft er gut. Okay. Ich denke, wir sind nicht mehr Charm. Doch, immer noch. Haben wir noch... Wir haben kein magisches Geschoss hier mehr. Dann machen wir das auf die lustige Variante. Die nicht trifft. Der hat... Ach, der hier ist... Der hier fällt eher, wenn wir ihn treffen. Gut. Bitte Brugger, triff ihn doch mal. Okay. Na, immerhin. Noch ein Eis... Da. Noch ein Eissturm, Süße. Ja. Efreti. Schwer verwundet. Na, jetzt geht er. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt geht er endgültig. In die Offensive. Das wäre doch so toll, wenn unser Brugger jetzt einfach nur treffen würde. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Doofe Efretis. Kann ich mich jetzt... Oh, cool. Wow. Cool. Komm. Kannst du gleich... Den Tode nahe. Bitte. Bitte vernichte ihn. Tode nahe. Und... Es läuft doch so schön. Diesmal mache ich es wieder. Wir speichern. Es sind ja noch alle am Leben. Mehr oder weniger. Ja, meine Rechtschreibung war auch schon mal besser. Aber neue deutsche Rechtschreibung. Wir dürfen ungefähr alles machen und es stimmt irgendwie. Ah, jetzt gehen uns tatsächlich immer die... Right away. Ups, nee. Dann müssen wir das hier machen. Tot. Uh. Jetzt. Komm. Triff ihn doch. Triff ihn doch. Ah. Okay. Raus von hier. Yes. Der ist ganz kurz vorm Abnippeln. Ah. Oh, und er geht zurück. Wohin will er eigentlich? Merkt er jetzt vielleicht, dass der Balor in Bedrängnis ist? Tja. Hättest du dir früher ausdenken sollen? Boom. Ah, na schade. Triff ihn einmal, Bruger. Triff ihn. Och, Mann. Jetzt geht's mal langsam echt auf den Strich. Nicht genug Zeit. Wir wandern nach vorne. Uh, das ist spannend. Komm. Oha. Cobra, bitte überlebt das. Minus drei. Minus drei, minus drei. Es geht noch. Alles im grünen Bereich. Yes. Er ist noch nicht tot. Der Balor leider auch noch nicht. Oh. Oh, afraid. Oh, komm. Tung. So, ein Treffer nur noch. Ein Treffer nur noch. Okay, zwei Treffer noch. Das hat nicht geholfen. Haben wir vielleicht noch Scrolls? Hm. Nichts Offensives. Da wandern sie. Alle gegen den Tung. So, gegen wen? Um wen kümmert er sich? Um niemanden. Haben wir noch irgendwas? Nur magische Geschosse. Weil jeder trifft? Okay. Unwichtig. Unser Tung schafft hat. Es sei doch nicht so... Ab an die Front. Triff ihn einmal. Bitte. Wieso ging das jetzt? Vorher und jetzt gar nicht mehr. Wir möchten... Bruce Endurance... Äh, Bears Endurance... Auf Tung. Danke für die Lebensenergie. Au. Target ist Immune. Gott, bin ich froh auf diese ganzen... Zauber, die wir auf unsere Krieger gelegt haben. Drei Treffer. Ja. Tschüss, Balor. Jetzt geht's nur noch um diese läppischen Ephritis hier. Die sind ja nur noch Beiwerk. Komm, das machst du. So gefällt mir das schon viel besser. Das bedeutet aber auch... Dass wir erstmal ihn wieder zurückholen müssen. Flup. Invalid Action. Was? Hey. Was ist mit dir los? Prone? Na gut. Ah, da sind wir. Hallo. So, wir schauen. 74.000. Wie viele Erfahrungspunkte hat uns der Kampf gegeben? Weg, 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 weg. Gehen wir mal nach oben. Irgendwo muss doch das stehen. 4.000! Habe ich das gerade richtig gelesen? 4.400 Erfahrungspunkte für jeden. Der Balor war ja mal wirklich 15 Level über uns oder so. Jedenfalls haben wir hier eine magische Kugel und die möchte... Oh ja. Nehmen wir das. Das sorgt dafür, dass dieses Ding vollkommen ausgestattet ist, wenn er sie anwenden könnte. Jetzt können wir nämlich auch einen Balor beschwören. Und damit wären wir jetzt eigentlich vollkommen ausstaffiert für das Endgame. Wir haben eigentlich nur noch... Kannst gar nichts mehr, oder? Ja, wenn du Dextry minus 6 hast. Autsch. Ah, cool. Safe Game. Balor am Ende. Schauen wir mal, ob wir jetzt rasten können. Natürlich. Was war das jetzt? Wer weiß. Kann man dieses... One a day. Minus 3. Das kann jetzt noch dauern. Wir kümmern uns jetzt erstmal... Wir möchten... Trollwut den 19. verabschieden. Und den Teleport... Die Teleport-Schriftrolle wieder einführen. Wo ist es denn? Ach, so kam man ins Inventar. Ich freue mich gerade so sehr. Ähm... Teleport. Weg mit dem da. Ah... Oder nicht. Nee, doch. Wir brauchen Cone of Cold. Das ist stärker. Und dieses magische Geschoss wird gegen Teleport eingetauscht. Huuu. Sind wir gut. Endlich... Ist dieser Balor am Ende? Ist dieser Balor am Ende? Rasten? Komm, wir hoffen, dass wir noch mal 8 Stunden hier rasten können. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Dafür schafft jetzt jeder von uns so eine läppische Schlange. Acht Stunden, komm. Ja. Wie viel... Wie sieht's denn... Jaja, immerhin hast du jetzt nicht mehr... Hast du jetzt nur noch 0. Dann möchten wir unseren Animal Companion wieder beschwören. Trollwood den 20. Wo ist er? Ja, Sir. Trollwood XX. Hallo zurück. Ho. Ho, ho, ho. Safe Game. Balor am Ende. Es freut mich gerade immer noch zu sehr. Er ist immer noch paralysiert. Kann er noch rumgehen? Ähm. Ja, er könnte. Wir könnten das doch irgendwie... Hm. Flupp, flupp, flupp. Das hatten wir. Das war auf jeden Fall zu heftig. Es dauert noch. Ich würde aber gerne noch, bevor wir zum Endgegner gehen, dahinter und mich um diese Biester kümmern. Cone of Cold haben wir drei Stück drin. Normalerweise müssten wir die jetzt eigentlich ziemlich ausräuchern. Gehen wir einfach mal hin. Na komm. Wer hätte es anders erwartet? Das Spiel laggt. Das Spiel ruckelt. Wo ist denn der Bär? Da ist der Bär. Denn ich will wissen, was denn dieser Truhe da drin ist. Leute, wir sind ganz, ganz, ganz kurz davor, dieses Spiel durchzuspielen. Da können diese paar Salamander da hinten doch nicht mehr die Laune verderben. Nein, nicht so weit. So. Jetzt können wir endlich wieder Normal speichern. Safe Game. Was sind wir denn jetzt? 63. Ja, ich glaube 63. Egal. Wenn nicht, dann nicht. Acht Stunden Rast. Sorgt dafür, dass wir von riesigen Viechern aufgeweckt werden. Hallo. Hört. Was machen wir denn? Hihihihi. Schau. Huuu. War es wert. Wie du commandest. Denn die stirbt. Doch nicht. Schade. Wir sind doch ziemlich stabile Kerle. Äh. Oh. Du hast gar kein... Stimmt, du kannst ja gar nichts. Grapple successful. Wer erwartet das auch nicht? Kann man... Benutzen wir das mal ein bisschen? Five Foot Step. Nein. Natürlich in die falsche Richtung. Super. Ach komm. Ärger mich nicht jetzt. Ja, Sir. So. Äh. Ja, wir sind so lustig. Flop. Wir sind auf dem gleichen Team. Nicht genug Zeit. Na toll. Jetzt kommt schon wieder dieser komische Bug. Dass diese gegrappelten Gegner anscheinend nichts... Äh, gegrapp... Okay. Na, dass wir nichts mehr ausrichten können. Sagen wir es so. Äh. Wer liebt es nicht? Magisches Geschoss. Dem Tode nahe. Oder auch nicht. Oh. Oh. Okay. Wie ist das jetzt passiert? Komisch. Na gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ausgeschlafen und fit... Äh. Und fit für dahinter. Dahinten. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Und unten. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020